Manchmal wünschte ich, ich hätte Talent, dass ich tanzen, mal oder vielleicht dichten könnt. Doch ich wär nicht bis heute des Wahnsinns fetteste Beute, wenn ich jemals der Tumsleck-Güder gescheut hab. Denn es geht hier ja nicht darum, Weisheit zu beweisen, Bescheidenheit vorzutäuschen oder Gewähr zu leisten, dass die Weiber sich die Kleider vom Leibe reißen, um wildverzückt sinnbefreite Hooks mitzugreißen. Und ich bäsch auch nicht Medien, Bullen, Staat und System, was töte Fefe denn, wenn ich seinen Job übernehmen kann. Oh, dann die Freude oder Loblied auf die Freiheit, weder Liebesgesäuse noch der Soundtrack zur Endzeit. Nicht ein Geräusch, um Erwartungen zu erfüllen, ich will, wenn du täuschen, so manche Sehnsucht still nach Sinn und Gehalt. Und dass mal gesagt wird, was man halt so sagt, wenn man nicht gefragt wird. Seit Jänner 81, geboren im Zeichen des Aquarius, schütte ich hier mit das Fehlhorn in die sieben Ozeane aus. Hab jahrelang studiert und experimentiert, geglaubt zu wissen, schließlich alles falsifiziert. Schönheit geahnt, den Abgrund geblickt, hier steh ich nun, ich armer Ton bin. So oldschool, nicht bloß, weil damals alles besser war, dies ist in dem, es ist der Romantiker. Hab gelernt, dass der Planet irgendwann ein Paradies wird, das mit Wissenschaft und Technologie schlussendlich alles gut wird. Hab gelesen, dass wir noch zu Lebzeiten sehen werden, dass Friede und Freiheit gedeihen werden. Auf Ehren, weil sich der Reichtum eines Kollektivs daran bemisst, ob darin jedes Individuum frei und glücklich ist, dass sich seine eigenen Hände Arbeit erfreuen kann. Ein kleines Rädchen zu drehen hatten, im großen Masterplan, dass der Kampfersamen und der Getreideähren eigentlich reichlich vorhanden sei. Um die Milliarden zu ernähren, mit dem Erntedankfest für der Sonnenenergien, die schmeißen aus Ideen, Netz und die Gameboard-Batterien, sogar ein bisschen Luxus wäre gut, hinzukriegen. Wenn alle Mann nur kurz mit den Disputen innehielten, doch es heißt jeder gegen jeden, im Kampf ums Überleben. Gefragt sind rigorose Taten, statt jedes Gerede. Wahrlich, wahrlich, es müsste eigentlich reichen, auf die Lakaien zu verweisen, die einst beweisen, dass sich der Erdkreis zu klein für alle erweist. Und schon der Zeitgeist mit einer neuen Spezies kreist, hinfort mit Dummheit, Brüder, Zipro und Gewalt. Schon in Dinos ist das Weltall um die Ohren geknallt. Evolution durch Mutation, Intervention von Ohm- oder Ermutmanipulation. Was macht das denn schon? Beim Organismus unter Stress wurde ein Test festgestellt, beschleunigt sich nämlich der Prozess, man hat mit dem Geld. Macht über Lust und Furcht, ein Maß für Gewichtungen, ein Instrument für Zucht, Züchtung und Züchtigung. Jetzt dienen die Hypothesen der Entstehungstheorie als doch mit den Apologien genozidale Euthanasie. Postum hat Dauern letztlich recht gekriegt. Survival of the shitest. Frech obsiegt. Wer ist Geist des Kindes denn das Primat des Profits? Das Gespinst des Gewinns mit Zins und Zinses-Zins. Welchen Sinn gibt es, dass Blut und das Blut fließt? Wenn Nutzen ist das, dass das System so höchst und korrupt ist, würdest du gerne nur sagen, dass wir's selbst in den Händen haben. Was zu tun, statt zu klagen, Utopia im Herzen zu tragen. Noch wurde mir klar, dass die Matrix lang schon vor mir da war, als ich alle schwarzen Katzen zweimal sah. Sollt ihr noch länger dastehen, zu sehen und abwarten, bis wir die Wahrschalen endlich zu zerschlagen wagen. Und glasklar sagen, dass wir das Fatale, Maß des Banalen, ja aber gelaberslangsam bis zum Rande hin voll haben. Dass wir gewahr sind, dass wir selben erhabenen Gestalten, die seit Uralten, Zeit nach den Diktaten, Tot am Boden, den Tatenscheiden, Welke, Welten gestalten und mit Gewalt verwalten. Völker auf planetaren Karten in fraktale Staaten spalten. 2, 0, 1, 2 schlief sich der Kaisel, sie teilgreift, da die Meister den Beweis für die Gleichzeitigkeit der Ewigkeit leisten. Eindeutig bezeugen die Gründe, Deiton für Malle, Deiton ist beschreiten, bei sehr wege Pfade weisen, große Zeiten. Kaisel beschreiben die Zeichen, verteilten von dreien Geisern. Kaisel, sie sich befeilen, geschmeiden, vom Heiligen Schein, vom Fahnschein, des Seins verneigen, unterweilen Kleinen und Weisen Feig verweisen auf Geheime Heilige Eilige, ihre Heimat und Speise enteignen. Vor, hinter und neben ihr Tier und solch reden, sich wie wenn die Gegend der Quäle regnen, und wie wie Verträge sich wehren, stehen, die Aufbegehren, statt an Lehen zu fliehen. Und auf dem Gehen, in Wegen, in ihrem Entgegen streben, den Seelen gekleben, wie begeben sich der Lese, der Reden des Sehens entgegenseh'n, die weißen wie ihn täglich besieden, in den Lieben zu ihrem, statt drehen, wegen der verdrehten Hebelrede von Marius Puffet, Geheime. Steinbeton, Stahl und Glas kommen zufeilig, auch zufeilig, weil die Qual der Wahl ist, keine weiße, die magische Primzahl auf dem Blüten des Klubs, Fluchs und sich das Geschick fügt, die Dynamik, jede Genüge tut und kein Trug, die Kritik trügt, in der nächsten Generation, wird ein neues Vorbild geboren, und mit jeder Iteration geht das Alte für immer verloren. Kupfer geht dem Nachfahren und Ahnen, der sich versündigt, den Schweige einkündigt und schöne Sühle verkündet. Eine neue Sehnsucht steigt in die Nacht, im Bruch den Tag zu erblicken, da alle Angst ihre Macht verloren. Sieht einem Ahnen vom Moment, bis zu aller Freudenquell, alle wieder im Weltenfundament, so reine, klar und hält die Räume der Zeit, allem Dünkeln zum Wohnen, mit der Göttergeleit, in die unendlichste Dimension, alle Scheine getilgen, die Schlösser weit offen, erlauben sie mal, man darf ja wohl hoffen.